Die Biontech Aktie ist wieder auf Rekordkurs. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen hier auf diesem Kanal ein Video zum Thema Biontech publiziert und viele hatten kommentiert und hatten gesagt, jetzt in Biontech zu investieren, das ist definitiv ein Fehler, das ist alles schon eingepreist im Preis. Die Aktie kann jetzt nur noch sinken und es ist genau zum Gegenteil gekommen. Die Biontech Aktie ist jetzt wieder im Wert gestiegen, ist bei mir im Portfolio auch im Plus und das heißt, alle 10 Aktientipps, die ich euch bisher auf diesem Kanal hier gegeben habe, sind jetzt alle im Plus. Das heißt, wie gesagt, 10 aus 10. Heute hier in diesem Video würde ich euch gerne erklären, warum ich immer noch meine Biontech Aktien halte und warum ich glaube, dass es noch um einiges nach oben gehen wird. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Übrigens, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren könntet. Ein Button dazu befindet sich unter diesem Video. Schon mal vielen, vielen Dank im Voraus. Und natürlich, wie immer, all das, was ich euch heute hier in diesem Video sage, ist einfach nur meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Es handelt sich hierbei keinesfalls um eine Anlageberatung, weil ja, natürlich, es kann sein, dass die Biontech Aktie auch in Zukunft mal wieder runtergehen wird. Es kann auch sein, dass sie genau diesen Trend fortsetzen wird und immer weiter im Wert steigen wird. Kurskorrekturen gibt es immer, aber bei mir zum Beispiel war ja der Grund, warum ich in Biontech investiert habe, der fundamentale Wert von dem Unternehmen. Nicht nur gemessen an dem, was Biontech derzeit tut, sondern vor allen Dingen gemessen daran, in welchen Technologien Biontech sich vor allen Dingen etabliert hat, beziehungsweise welche anderen Dienstleistungen und Produkte sie anbieten, neben der Covid-Impfung. Also, fangen wir mal an mit den Basics. Ich hatte ja damals dieses Video hier gemacht und damals stand Biontech bei 87,39. Ich hatte damals Biontech gekauft, ich glaube, bei 85 oder irgendwie sowas. Und jetzt steht sie ziemlich genau bei 90, also 90 Euro und 90 Cent pro Aktie. Damals hatten einige Leute unter dem Video hier geschrieben, bitte kommentiert doch mal, bitte mach mal ein Statement und so weiter und so fort. Und ich hatte jetzt für lange Zeit das Statement aufgeschoben, weil ich jetzt ein paar andere Themen machen wollte. Heute aber das Statement zu diesem Thema, beziehungsweise der Grund, warum ich noch weiter meine Biontech-Aktien halte. Damals hatte ich euch so ein paar Kaufgründe gegeben und viele von diesen Kaufgründen sind tatsächlich eingetroffen. Nämlich zum einen natürlich die Massenimpfung in den USA. Den oberen Punkt können wir hier auslassen. Wie gesagt, ich ging davon aus, dass halt Biontech hier die Notfallzulassung innerhalb der Europäischen Union bekommt für praktisch deren Impfstoff, den BNT 162. Das haben sie ja auch bekommen. Dann, wie gesagt, in den USA beginnt halt die Massenimpfung. Das ist natürlich dann auch eingetreten. Und so gut wie in jedem Bundesstaat wurden jetzt schon Millionen von Leuten tatsächlich geimpft. Dann andere Länder werden nachziehen. Und da hat sich jetzt eine Sache ergeben, die wirklich, wirklich interessant ist und ich glaube, die wenig Leute tatsächlich bedenken. Dann 90-prozentige Wirksamkeit scheint sich zu bestätigen. Da gab es bisher keine anderen Neuigkeiten zu diesem Thema. Und natürlich auch Berichte von schwerwiegenden Nebenwirkungen bleiben bisher aus. Ja, soweit ich weiß, ich habe tatsächlich von Todesfällen gehört, aber ich kann wirklich nicht bestätigen, ob sie aufgrund der Impfung eingetreten sind oder vielleicht noch aus anderen Gründen. Aber sagen wir es mal so, da wird es jetzt wahrscheinlich wieder einige Kommentare geben. Aber generell kann man sagen, dass die Impfung sicher ist. Beziehungsweise, ja, bisher alles, was man praktisch zu diesem Thema gesehen hat, beziehungsweise alle Berichte, die es gibt, deuten eigentlich darauf hin, dass es sich um eine rechtssichere Impfung tatsächlich handelt, beziehungsweise um einen rechtssicheren Impfstoff. Das waren damals die Gründe, warum ich gekauft habe. Und es gab noch ein paar andere, die ich damals vorstellte. Jetzt haben sich aber so ein paar andere Dinge ergeben, die vor allen Dingen auf den dritten Punkt hier eingehen. Und das ist auch einer von den Gründen, warum ich glaube, dass es in Zukunft vor allen Dingen auch dazu kommen wird, dass die Biontech-Aktie nochmal um einiges im Wert steigen wird. Nämlich andere Länder werden nachziehen. Und da ist zum Beispiel Folgendes passiert, nämlich Biontech-Aktie gewinnt Australien, lässt Biontech und Pfizer-Impfstoff zu. Das ist ja eine Sache, wo ich auch drauf spekuliert hatte, wo ich sagte, okay, wenn dem tatsächlich dann so ist, das heißt, wenn tatsächlich, sag ich jetzt mal, der Impfstoff zugelassen wird, dass dann halt Biontech auch nochmal um einiges im Wert steigen wird, zumindest halt die Aktie. Und dazu ist es jetzt, wie gesagt, gekommen, Report vom 25.01.2021 um 21.30 Uhr, also praktisch erst gestern Abend, dass wir natürlich auch dafür gesorgt haben, dass die Biontech-Aktie heute nochmal ein bisschen gestiegen ist. Ich glaube aber auch, dass das in den kommenden Stunden sich noch definitiv als Hebel herausstellen wird, sodass sich dann Biontech doch nochmal um einiges im Wert steigern wird. Und das Interessante, was aber die wenigsten Leute bedenken, ist folgendes, nämlich Biontech-Pfizer gibt Corona-Stoff günstiger in armen Ländern ab. Und das hört sich erstmal auf den ersten Blick sehr lieb und nett an. Sowas von wie, ach, die sind ja nett, die machen das irgendwie günstiger für arme Länder. Aber was bedeutet das in Wirklichkeit? Naja, es bedeutet in Wirklichkeit, dass natürlich Biontech und Pfizer dann dort eine Monopolstellung haben und halt höchstwahrscheinlich nicht nur günstiger sind als die Konkurrenz, aber auch zum anderen schon mal da sind. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise noch andere Unternehmen hinzukommen, wie beispielsweise CureVac oder welches auch immer, dann haben sie natürlich nicht unbedingt das Problem, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber Biontech ist dann halt schon das Unternehmen, das vor allen Dingen die meisten Impfdosen bereits in die spezifischen Länder verkauft hat. Zwar natürlich für einen sehr, sehr, sehr viel geringeren Preis, dennoch sind sie halt die Ersten in diesem, ich nenne es jetzt mal, Markt gewesen und sind vor allen Dingen auch die Unternehmen, also das Unternehmen, das dort als allererstes diese Impfdosen, sag ich jetzt mal, verabreicht hat. Und das war auch einer von den Gründen, warum ich jetzt sage, okay, wenn das tatsächlich Biontech und Pfizers Strategie ist, auch ärmeren Ländern diese Impfdosen zu geben für sehr, sehr viel weniger Geld, dann ist das nicht nur, weil sie nett sind, das würde ich ja nicht unbedingt sagen, dass sie es nicht sind, aber es ist definitiv halt eine Strategie. Das heißt zu sagen, okay, wenn diese Länder sich das nicht leisten können, wir aber dennoch diesen Markt in Anführungsstrichen haben wollen, dann geben wir einfach den Impfstoff günstig raus, sodass sich diese Länder tatsächlich auch den Impfstoff leisten können und dementsprechend können wir halt vor der Konkurrenz dort sein und als Erster in diesem Markt, sag ich jetzt mal, vordringen. Und vor allen Dingen, es wird dann wahrscheinlich auch in diesen Ländern sehr, sehr viel schneller Notzulassungen für Biontech und Pfizer geben, was natürlich dann auch wieder bedeutet, dass Biontech und Pfizer viel, viel schneller die Impfdosen tatsächlich in das Land bekommen kann. Während zum Beispiel, sagen wir mal, andere Unternehmen wie CureVac oder so, die vielleicht nicht unbedingt die Impfdosen billiger anbieten, erstmal eine Zulassung brauchen, haben schon Biontech und Pfizer, sag ich jetzt mal, das Alleinstellungsmerkmal, dass sie sagen können, okay, wir sind viel, viel günstiger als die Konkurrenz, wir bieten euch die Corona-Impfdosen günstiger an als jedes andere Land, wir brauchen dafür aber jetzt eine Notzulassung, beziehungsweise wir brauchen dafür jetzt eine Zulassung. Da werden natürlich die meisten ärmeren Länder jetzt nicht noch, sag ich jetzt mal, drei Wochen rumeiern, sondern die werden halt alsbald diese Notzulassung geben. Und das ist zumindestens das, wovon ich ausgehe, was passieren wird. Und das Ganze wurde übrigens erst heute Morgen veröffentlicht, nämlich um 10.34 Uhr am 26.01.2021. Genau, so wie schon mal dazu. Vielleicht noch eine Information, die ich euch sowieso mal geben wollte, nämlich ich hatte ja bereits gesagt, als ich das erste Mal in Biontech investierte, dass ich nicht nur davon ausgehe, dass Biontech relevant sein wird für jegliche Covid-Impfstoffe oder auch wenn es Mutationen gibt, dass sie dann vielleicht wieder einen weiteren Impfstoff liefern, sondern auch in anderen Bereichen. Und ihr könnt hier mal auf die Biontech-Seite gehen und könnt euch das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, nämlich in welchen Bereichen Biontech eigentlich unterwegs ist. Das ist meines Erachtens absolut faszinierend. Nämlich zum Beispiel, ihr könnt hier mal hier oben drauf gehen, How We Translate und zum Beispiel auch auf Science. Und da gibt es dann halt unterschiedliche Punkte, wo ihr nachlesen könnt, was alles überhaupt Biontech macht. Und zum Beispiel halt hier auch für Patients, dann gibt es zum Beispiel alle möglichen Clinical Trials, die man sich hier anschauen kann. Dann zum Beispiel halt auch, welche unterschiedlichen Technologien sie fördern. und natürlich auch, in welchen Bereichen sie aktiv sind. Zum Beispiel hier mRNA-Therapeutics oder zum Beispiel Engineered Cell Therapies, Antibodies, Small Molecule, Immunomodulators, dann Manufacturing, Intellectual Property und so weiter und so fort. Und da könnte ich auch ein bisschen darüber bilden, sage ich jetzt mal, welche weiteren Geschäftsbereiche Biontech hat und vor allen Dingen halt auch, warum diese Geschäftsbereiche in der Zukunft so relevant sein könnten. Nämlich im Gegensatz zu dem, was ich oft zum Beispiel in irgendwelchen Berichten, sage ich jetzt mal, auf einer Online-Zeitung lese, ist halt der Hauptgeschäftsbereich normalerweise von Biontech definitiv nicht Impfstoffentwicklung, sondern vor allen Dingen halt, sage ich jetzt mal, maßgeschneiderte Therapien für besonders spezielle, besonders schwerwiegende Krankheiten. Und wenn jetzt schon mal Biontech sich bewiesen hat als ein Unternehmen, das einen Impfstoff in kürzester Zeit, sage ich jetzt mal, finden kann für so eine weltweite Pandemie, dann wird natürlich auch das Unternehmen Biontech sicherlich auch in anderen Bereichen mehr und mehr eine Vormachtstellung bekommen können, einfach durch ihre Marke, durch ihre Brand. Und das war auch einer von den Gründen, warum ich sagte, okay, Biontech war schon vor der Corona-Krise ein wirklich interessantes Unternehmen und jetzt natürlich durch vor allen Dingen mehr Geld, durch höhere Einnahmen, können sie ihre eigenen Technologien weiter fördern, können weitere Technologien natürlich auf den Markt bringen und können sich somit wahrscheinlich nicht unbedingt eine Monopolstellung arbeiten, das wäre falsch, aber können zumindest halt in interessanten Bereichen aktiv werden, die vielleicht bisher nicht unbedingt viel Funding bekommen haben, beziehungsweise wo es halt wenig andere Konkurrenten gibt. Und das ist halt einer von den Gründen, warum ich sage, okay, die ganze Impfstoff-Sache ist wirklich, wirklich interessant, aber Biontech ist auch ein recht interessantes Unternehmen, wirklich fundamental betrachtet, es hat interessante, sag ich jetzt mal, ja, ich möchte jetzt nichts nennen, medikamentöse Technologien, sondern eher, es hat interessante Technologien hervorgebracht, es hat interessante Behandlungstherapien hervorgebracht und das macht natürlich auch Biontech für die Zukunft interessant. Ob dann tatsächlich auch Biontech dort stehen bleiben wird, wo es heute steht, keine Ahnung, bloß das ist halt mein Grund zu sagen, okay, Biontech ist nicht einfach nur ein Impfstoff-Unternehmen, sondern ein Unternehmen mit einem fundamental interessanten und richtigen und großen Wert und genau deswegen halte ich halt meine Biontech-Aktien. Genau, das wollte ich heute einfach mal kurz in diesem Video euch mitgeben, ich werde wie gesagt Biontech noch halten, es kann gut sein, dass die Biontech-Aktie jetzt wieder in Kurskorrektur erfahren wird, wenn es das tut, werde ich dennoch noch halten, ich gehe wie gesagt davon aus, dass Biontech definitiv nochmal 140, 150 erreichen kann, wir können es das ganze Jahr immer fünf Jahre mal anschauen, wir sind jetzt wieder fast am Hochpunkt, Hochpunkt war bei 105,60 Euro und ich gehe mal locker davon aus, dass wir hier auch 120, 130,40 erreichen können, bei 120, 130 werde ich wahrscheinlich nochmal gucken, ob ich nicht vielleicht verkaufe, aber ich glaube im Echtsein nicht, ich werde es wahrscheinlich über die nächsten Jahre halten. Gut, das war es nun hier für dieses Video, vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Vielen Dank.